Warum sollten die Wähler gerade Ihnen ihre Stimme bei den Landtagswahlen geben? Als ich 2015 nach Deutschland, genauer gesagt nach Klaustal als Flüchtling gekommen bin, haben die Menschen im Oberharz mir viel gegeben. Sicherheit und Heimatgefühl. Der Harz ist zu meiner Heimat geworden. Der hat mir viel gegeben. Und jetzt ist die Zeit, etwas meiner neuen Heimat dem Harz zurückzugeben. Ich bitte alle Menschen im Oberharz, mir die Chance zu geben, zu zeigen, wie man aus Liebe zur Heimat eine gute Politik machen kann. Welches eine große Thema liegt Ihnen für den Wahlkreis 12 im Harz besonders am Herzen? Ja, also der Harz muss zukunftsfähig gemacht werden. Das bedeutet, dass zum Beispiel für junge Leute und Familien muss attraktiver werden, wieder in den Harz zu ziehen. Dazu gehört natürlich bessere Bildung, auch bessere Bedienungen und Voraussetzungen zur Schaffung vom Wohmeigentum. Das ist auf jeden Fall für mich sehr wichtig. Welchen Bezug haben Sie zu Klaustal Zellerfeld und Braunlage? Ja, also Klaustal Zellerfeld ist ja für mich die Stadt, die mein Herz gewonnen hat in Deutschland. Und die zu meiner Heimat geworden sind. Wenn ich an Klaustal denke, denke ich an meine Heimat direkt. Braunlage ist eine super schöne Stadt, hat schöne Natur und ist auf jeden Fall die Nachbarstadt meiner Heimat, Klaustal Zellerfeld. Klaustal Zellerfeld ist ja für mich sehr wichtig. Vielen Dank. Vielen Dank.